Absolute Präzision bei hoher Geschwindigkeit. Das sind seit jeher die Markenzeichen der Maschinen und Anlagen von Weinmann. Mit der Multifunktionsbrücke WMS 150 Blowtech geht Weinmann jetzt noch einen Schritt weiter. Zusätzlich zu den vielfältigen Bearbeitungs- und Befestigungsmöglichkeiten ist jetzt auch das Einblasen von Dämmmaterial möglich. Und das vollautomatisch. Das ist eine ganz neue Technologie, die wir hier einsetzen, um vollautomatisch verschiedene Dämmstoffe, sei es Zellulose, sei es Mineralwolle, sei es Holzfaserdämmaterial und so weiter in das Gefache einzubringen. Wir haben die verschiedensten Dämmstärken in den Elementen und wenn wir die heute manuell einbringen, manuell zuschneiden und so weiter, haben wir erstens mal einen hohen Aufwand an Manpower. Dann das zweite ist die Qualität, um das dann sehr genau einzubringen, so dass die Dämmung auch gewährleistet, dass das, was eine vorgeschrieben ist. Das ist manuell heutzutage fast nicht mehr leistbar. Das Einbringen der Dämmung war bisher häufig ein Flaschenhals in der Produktion. Dank Blowtech ist das nun kein Problem mehr. Das System spart aber nicht nur Zeit und Personalaufwand, sondern auch Material, da immer nur genau so viel Dämmaterial eingesetzt wird wie nötig. Und da keine unterschiedlichen Materialstärken wie bei herkömmlichen Plattendämmstoffen vorgehalten werden müssen, reduzieren sich auch die benötigten Bestände und Lagerflächen. Auch mit Blick auf die Qualitätssicherung hat die Technik viele Vorteile. Das System erfasst alle Füllmengen für eine lückenlose Dokumentation. Und da es offen ist, kann vor dem Verschließen der Elemente noch eine Sichtkontrolle stattfinden. So wird sichergestellt, dass stets eine optimale und gleichmäßige Dichteverteilung der Dämmung gewährleistet ist. Serienmäßig perfekte Füllung und Setzungssicherheit. Egal ob bei kleinen oder großen Gefachen. Die Kombination von Multifunktionsbrücke und Einblasplatte spart nicht nur Zeit und Geld, sie ermöglicht auch den Einsatz einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien. Dank Absaugung und Luftfiltern sinkt die Staubbelastung für Mitarbeiter und die Arbeitsabläufe werden noch ergonomischer. Die Multifunktionsbrücke WMS 150 Blowtech. Ein Weltneuheit von Weinmann.